Sternthaler Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot, sagte, »Gott segne dir's« und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und froh, da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, auch das gab sie her. Endlich gelangte es in einen Wald. Es war schon dunkel geworden, da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben.« Und es zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter, blanke Taler. Und obwohl es gerade sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich sein Leben lang. Untertitelung des ZDF, 2020